Hallo, das ist Unimorock aus dem 14 und willkommen hier zu einer brandenden Folge von Minecraft Golf hier mit der Ronja. Hallo. Mit dem Tops, der auf dem Kopf steht. Ich frage die mal nicht. Und dem Julian. Hello, hello. Und wir spielen heute Minecraft Golf. Ne, habe ich gesagt Minecraft Golf oder Minecraft Wolf? Minecraft Wolf hast du gesagt. Minecraft Golf. Minecraft Scholl. Minecraft. Oh Leute, du bist Jodler. Jodler. Das war ein schwaches Jodeln. Also, jodeln ich besser. Ich kann das gar nicht. Es wird nicht besser, ne? Du bist besser. Ich kann das nicht gut. So geht das. Du kannst nicht viel besser. Nein. Ey, Tops. Okay, wir werden eine Reise machen in die Schweiz. Ich bin jetzt nämlich in Zürich auf die Team Jodletour. Okay. Und Tops, du kommst noch mit. Und dann machen wir Dings. Wie ist es? Minecraft Golf, die Jodletour. Richtig. Was? Du hast verkannt. Nicht die Team Jodletour, sondern die Team Jodletour. Die Team Jodletour. Alles klar. Alles klar, Tops. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen. Ewigkeiten wieder. Aber wer von euch ist jetzt hier der Wolf? Der Golf. Also, ich bin diesmal nicht der Wolf. Deswegen. Wer ist der VW Golf? Weiß ich nicht. Also, mein Tipp geht schon ein bisschen raus an Julian. Weil der ist ein bisschen ruhig, oder? Ja, der ist verdächtig ruhig. Das stimmt. Da hast du einen Punkt. Ronja ist es Ronja. Ich weiß, dass es Ronja ist. Wo bin ich es? Ich weiß es nicht. Okay, wisst ihr was? Ich kaufe einen Wolfs-Sucher. Es ist entweder Tops oder Chaos Show 44. Ja? Okay. Wer war der andere? Wer war der andere? Sag nochmal. Tops oder Flo? Tops ist tötig. Tops ist tot. Du bist tot, Tops. Wo seid ihr? Ey, ich traue, ob man das Ronja nicht das Falsche gesagt hat mit dem Ding. Oh nein. Ich habe mein... Nein, Tops ist tot. ...meine Hand ausgeschaltet. Oh nein. Oh, ich habe sie gar nicht. Hey, wobei, Tops, du hast schon ein bisschen recht. Sie hat direkt eine Wolfs-Sucher gekauft, auf dem sie beschuldigt haben. Du, ich habe den Wolfs-Sucher gekauft und benutzt. Der Wolfs-Sucher? Der Wolfs-Sucher? Wahrscheinlich brauchst du dir den Wolfs-Sucher. Ich hatte gerade 30 Emeralds und bevor ich... Hey, du bist in der... Hallo, Julian. Illuminati-Konfirmt. Ey, wo hast du Emeralds? Ich habe Emeralds gefunden, hast du Gästen? Junge, ich hab jetzt... Tops, so bist du. Jetzt sag ich du oder nicht. Tops? Tops, der Wolfs. Tops, hast du jetzt noch nicht genug Ausrechterung zu töten? Nö, du willst mich töten, dann will ich doch nicht mich töten lassen. Hallo, bist du das Ding, weil du bist hier. Dann bist du aber ein schwacher Wolfs-Tops, weil du musst uns ja auch töten. Ich würde deine Konfrontation töten. Ich würde einfach mal Julian am meisten, weil Julian irgendwie ganz... Obwohl, um, ich habe gesagt, oh, Lucky, könnte auch der Fall sein. Also, ich schließe mal lieber nichts aus, okay? Also, ich vertraue Julian, weil ich den Wolfs-Sucher gekauft habe und weiß, dass es Julian nicht ist. Obst du keine drei Leder hochkommst? Aber was? Okay, ich vertraue Julian. Ich würde einfach Tops töten und wenn Tops es nicht ist, würde ich Flo töten. Ich bin schon wieder, falls das falsch sein ist. Ja, Tops ist es auch, Tops ist es. Nein! Doch! Nein! Es ist... Es ist... Es ist safe, Ronja. Es ist safe, Ronja. Wieso sollte ich es sein? Ey, wenn es das jetzt wirklich Ronja ist, dann ist Ronja relativ schlau, wirklich. Aber das, naja. Okay, ich würde es nicht falsch sagen. Ich würde es nicht falsch sagen. Aber, ähm... Okay. Ronja, ich vertraue mal, dass du reinem schlau bist und der Wolf bist, okay? Hä? Wieso... Wieso wäre das schlau, wenn ich der Wolf wäre, das zu sagen? Das wäre ziemlich... Weil ich gerade... Weil ich gerade... Ich würde jetzt hier keine Kraftausdrücke benutzen. Aber... Aber... Es wäre schon ziemlich unschlau. Es wäre schon ziemlich unschlau. Hier! Hier ist der Wolf! Hier ist der Wolf! Töt ihn! Töt ihn! Töt ihn! Töt ihn! Ich habe ihn gekauft! Please! Ich habe ihn nicht! Ich habe ihn nicht in den Weichsdach angekauft und habe ihn nicht angewendet, weil ich selber da wollte! Bin nie! Tobias! Was? Tobias? 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 Topsing! Tauerspiel hier! Nein! Flo! Hör auf! Du bist es! Nein, hör auf Flo! Hör auf! Hör auf! Killing Flo! Killing Flo! Flo ist! Flo ist! Ich bin's nicht! Ich bin's nicht! Okay, Flo ist es! Du bist es! Flo ist es! Ich bin's nicht! Warte! Hast du den Lebensreiter benutzt? Flo, taupstest du lieber im Leben? Ich bin's nicht weg! Ich bin's nicht weg! Ich bin's nicht weg! Achso! Du lebst noch, Julian! Ich lebst noch! Okay, dann hat Flo einen Fake-Schrei gemacht! Aber ich bin grad... Ja, wahrscheinlich! Oder? Weil... Tops ist ja schon tot! Wahrscheinlich! Ich habe mich... Es ist safe Flo! Wirklich! Äh, weißt du wo Flo war? War grad Siebel spawnen! Nee, spawnen! Okay! Ich bin in der Kirche, Windbrüde! Frag mich was! Ich bin's nicht mehr! Oh, ich hab Rubies. Warte. Ah! Oh, das ist Mist. Okay, warte mal. Ich hab... Lass mich mal kurz gucken. Oh, warte. Funktioniert mittlerweile der Schutzstein? Könnt ihr mir das sagen? Wisst ihr das? Weiß ich, weiß ich. Der würde nicht gefixt, oder? Oh, ich brauch noch 6 Rubies, dann hab ich auch eine Heavy Duty. Okay, Flo ist definitiv. Ja. Ich bin der Geist und Flo ist es nicht. Achso! Oh, Geist von Flo. Ja, das klingt... Überzeugend. Und dieses Item ist so OP, dass ich das direkt austesten will, okay? Nee. Oh, ich seid ihr. Oh mein Gott, meine Jump'n'Runs geht over the top. Ich bin's nicht. Wirklich safe, ich schwöre. Wer ist denn sonst, Flo? Wo siehst du mich? Ich seh dich nicht. Bei der Windmühle, bei der Windmühle. Ich bin gar nicht bei der Windmühle, das stimmt nicht. Leute, ich hab eine insane Position. Ich hab High Ground. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, das ist sehr gut. Oh nein, die Heavy Duty wurde genervt. Bei mir ist Julian. Und Julian ist der Wolf, glaub ich. Warte, wo ist Flo? Wo ist Flo? Wo ist Flo? Die Chance, dass wenn ich jetzt hier runterhüpfe, ich sterbe, ist sehr hoch. Deswegen kann ich leider nicht runterhüpfen. Ey, wo seid ihr denn? Leute, du bist safe irgendwie oben auf der Windmühle. Okay, warte, warte. Oh nein! Ich hab den High Ground gut gemacht. Was ist denn das für eine Axt? Komm doch her! Nein! Ey, komm doch her! Oh, nice Julian. Nice. Nein! Ja, oder jetzt, jetzt steht's wieder da. Weird. Ich bin schon wieder Jodler. Ja, oh, hee, hee. Oh Gott. Ich kann nicht jodeln. Tops, Tops hilft mir, okay? Du bist jetzt mein Co-Jodler, okay? Ich war irgendwie, ich hab gedacht, der High Ground bringt mir was. Aber dann wurde ich einfach nur runtergeschossen und dann war ich tot. Aber der Schutz, der Schutz, den geht immer noch nicht, gell? Das ist, kommt im nächsten Update. Okay, okay. Weil der Entwickler, der schummelt, der arbeitet gerade an Wolf 2, nämlich, der kommt demnächst bei ihm eine YouTube-Tutorial-Serie. Tutorial-Serie? Übrigens, würde ich mal anmerken, dass es jetzt Sonja ist. Ah, okay. Ja, Ronja, was ist denn eigentlich nicht mehr, deswegen... Ja, ich bin's, ich bin's, Leute, ich bin der Wolf. Ey, 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 ich komm der Wolfssuche, ich komm der Wolfssuche! Ah, ist es, äh, entweder Tops oder Tops ist es? Oh, ich, äh, Floh ist da vielleicht, das Klang überzeugend. Ich glaub, Tops könnte es sein. Sollten wir vielleicht einfach... Du, du willst dich halt vielleicht... Dude, ich würd dich töten all day. Ich würd Ronja, ich würd Ronja einfach nur eine Ausrede haben. Ich brauch keine Ausrede, ich würd ihn auch so töten. Ronja würde mich mit dem Auto anfangen, wenn ich... Au, bei mir ist jemand... Nein, ich hab kein Auto mehr. Ich würd dich mit meinem Roller anfahren. Du sagst nicht im Fakt, dass du mich anfahren würdest. Nein, Julian hat meine Sachen weggelootet. Ist Julian hier? Obwohl, nee, mit dem Roller kann ich dich auch nicht anfahren. Der springt nämlich nicht mehr an. Ah, schön. Ey, ist nicht schön. Du musst ja in die Werkstatt. Ach so, damit du mich anfahren kannst, ne? Ah, ich will doch nicht in deine Nähe. Da stinkt's mit zu sehr. Hey Leute, soll ich mal den Wolfssucher kaufen? Oh, Ronja, ich bin Ronja. Gott, der Wolf. Leute, ich kauf jetzt mal den Wolfssucher, alles klar. Kann ich nicht, wieso kann ich nicht? Hat irgendjemand schon den Wolfssucher gekauft? Ich hab ihn nicht gekauft. Also, ich wollt ihn kaufen, ich hab kein Gold. Ich kann ihn nicht kaufen. Ich hab genug Emeralds, aber ich kann ihn nicht kaufen. Das ist verbuggt, das hat man schon mal, dass das irgendwie... Wirklich? Ja, alles klar. Tops ist der Wolf. Der hat den Wolfssucher gekauft, tut jetzt so, als ob er es nicht war. Oh, das ist verbuggt. Das hatten wir schon mal. Ach ja. Ey, Flo! Pfff. Nein! Wieso fällt ich schnell runter? Lol! Ich wollte... Nein! Nice! Ey, ich muss schon sagen, ich muss schon sagen... Einfach runtergeschubst. Ein gutes Game. Ich hab die Esmilchpille gegessen. Warum hast du die Esmilchpille gegessen? Jetzt bin ich scharf. Jetzt bin ich scharf. Ich bin Jodler. Da hörst du es bloß. So geht das richtig. Jawah! Stopp den Wahnsinn! Du musst mal... Stopp den Wahnsinn. Tops, du musst mal einen Unterricht geben. Ja, nee, aber... Willst du nicht mal irgendwie eine Jodelschule öffnen? Ja, eigentlich wollte ich das schon immer mal machen. Deswegen... Ja, Tops, eigentlich könntest du mal machen, oder? Ja. Okay, okay. Aber jetzt mal... Jungs und Mädels... Jungs und Mädels jetzt hier. Jetzt mal... Spaß beiseite! Wer von euch ist der Wolfus Tongus? Ich bin nicht der Wolf. Das ist die genaue Lateinbezeichnung. Ah, okay. Also, ich glaube, es ist entweder... Wer war heute noch nicht? War zweimal ich. Also, ich glaube, es ist... Eigentlich war es zweimal du hier. Ey, okay. Ich weiß nicht, wer von euch war. Es könnte eigentlich von euch drei sein. Ich glaube nicht. Es könnte auch Flohn noch zum dritten Mal sein. Hahahaha! Ey, Tops! Tops! Du hast vergessen! Du hast vergessen, wenn ich noch Wolf spielen! Hey! Hey, du warst schon zweimal jetzt super nicht so hier! Ich bin jetzt zweimal Wolf heute gewonnen! Ja, ich habe... Oh, Julian! Geh! Weiche von mir! Ich habe jetzt mein Glück für die nächsten 10 Jahre verspielt! Julian? Weiche von mir! Geh weg! Ich habe ein Weinsword! Willst du mich mit mir anlegen? Du hast nur ein Holzschwert! Ein Weinschwert! Ein Weinschwert! Ein Weinschwert! Bei mir Fluss! Bei mir Fluss! Bei mir Fluss! Hau! 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 Tops! Ey, weißt du was richtig geil ist? Ey, was richtig geil ist? Man kann es mal jemand einfach einmal schlagen und dann kriegt einen halben Anfall. Ja, weil du Leute immer runterschubst! Ist dir das mal aufgefallen? Nein! Okay! Okay, vielleicht doch! Also ich wurde jetzt zweiförtlich Falsschaden getötet! Ey, bei mir spinnt jemand! Bei mir spinnt ja jemand! Deinen wegen! Wenn du mich runtergeschossen hast! Oder geschubst! Ich kaufe mir doch einen Schlagstock! Wie viel kostet du einen Schlagstock? 20 Emeralds, glaube ich! Ich brauche jetzt! Nein! Bei mir ist Tops! Hier ist Tops! Hier ist Tops! Tops, ich schlag dich wenn hier Stress gibt! Na, ich mach gar nicht! Aber Flo! Ey, Flo! Flo! Nein! Nein! Ich sag es Tops! Ich hab da einen Verdacht! Ich bin stolz, dass ich einen Weinsort hab! Oh, es war nicht Tops! Es ist Rode! Es ist Rode! Es ist Rode! Oh nein! Wie schade, dass es nicht Tops war! Ey Rode, bist du's? Nein, ich find's nicht! Ich fühl mich sehr schuldig! Ich fühl mich sehr schuldig steht da! Ich sehn auch nix! So! Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Leben regenerieren! Ja, das würd ich auch machen wenn ich Wolfe... Wer ist hier?! Ich nicht! Okay, mein neuer Verdacht ist... Florian ist der Wolf! Ey ja, gell! Wer's glaubt ihr zählig! Juli... Juli ist im Springbronnern! LOL! Unsichtbarkeitstrank! Ein... Unsichtbarkeitstrank! Ey, kann man uns gekauft? Doch, ich bin sogar ziemlich überzeugt davon, dass du's bist! Weißt du warum? Hey, was ba... NEIN! Was passiert? Ich hab Rein the Meister gemacht und mein Inventar-Wort geklärt! Oh, das ist ja schade! Und die ganzen schönen Wolf-Items hab! Ich hab kein Wolf-Item gehabt! Du hast wahrscheinlich jetzt grad den Kill-Coin bekommen, wenn du tobst! Nein, hab ich nicht! Doch! Nein, hab ich nicht! Das war die schlechtste Lüge der Welt! Boah, war keine Lüge! Ich find nur keine Items! Ja, das ist wahrscheinlich grad richtig, dass ich keine Items hab! Ich mein, das allgemein schon, aber eher weil du der Wolf bist! Was? Ich hab nicht! So, jetzt kauf ich einen Wolf-Sucher, Leute! Ich kann schon wieder keinen Wolf-Sucher kaufen! Ich werd verrückt! Ah! Jetzt hab ich aus dem Schlagstock gekauft! Hä? Hä? Ich bin voller Mut und Hass! Hä? Hat jemand... Ey, warte, ist das verpackt oder hat wirklich jemand Wolf-Sucher gekauft von euch? Ich weiß nicht! Was war letzte Runde? Hat das jemand gekauft gehabt? Nein! Ich hab's wirklich nicht gekauft gehabt! Ey, warte mal! Wo war denn hier der Knopf? Ey, ich brauch grad irgendwie geistige Unterstützung! Wo ist denn der Knopf zu diesem Geheimgang hier? War nicht irgendwo da? Ich kann jetzt keinen kaufen! Also bei der Burg da? Ja, ne, hinter dem Turm, hinterm Turm! Nicht bei der Burg! Julian, hast du einen Wolf-Sucher gekauft gehabt letzte Runde? Antworte ehrlich! Hast du den Wolf? Hast du den Wolf-Sucher gekauft? Äh, ich glaub Julian hat den Wolf-Sucher wirklich gekauft! Äh! Ne, hab ich nicht! Also wenn ich's kauf, würd ich würd auch nicht sagen! Endlich! Aber hat der ihn letzte Runde gekauft? Nur damit wir wissen, ob das verbackt ist oder nicht! Wie viel kostet, äh, Trank des Lebens? Oder Wiederbelebungs-Trank? Wie viel kostet der? 60. 60 Gold. Okay, ich hab, äh, 44 Gold hab ich! Miss Ronja! Oh, 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 oh! Hier ist Flo! Flo? Ich will hier nichts Böses! Schritt zurück! Schritt zurück, Ronja! Flo, als Zeichen meiner Ehrlichkeit, unter dir ist ne Eisenkiste! Hinter der Brücke! Wenn du dahinter gehst, die kannst du dir nehmen, ich nehme sie nicht! Ich wollte nur dahin! Welche Brücke? Ey, Ronja! Du hast den Schlagstock? Ja? Oh! Ich weiß was du machen willst! Ich will nichts machen! Ich will nur hier weg von der Brücke! Hallo! Oh, nein! Was? Hä? Warte, Ronja war's nicht? Alle Julen! Das ist immer Flo! Es ist immer Flo! Junge, wie oft bist du eigentlich Wolf? Ja! Ich wollte schön dreimal Wolf! Ich, ich hab jetzt all mein Glück! Verbrechen, die Waffe ist verpackt! Du hast locker einfach Karmatblocks umgestellt mit der Wolfschauss von 75 Prozent! Ich werde in diesem Leben kein, ich werde in diesem Leben kein Glück mehr! Ey! Leute, an der Stelle, bei mir zumindest, wenn ich jetzt mal meine Folge haben! Leute, das war ne Folge lang nur Wolf! Äh, ja! Ich beende jetzt lieber, weil jetzt werde ich mein Leben lang nie wieder Wolf werden! Lasst ein Like da für mich mein Gefolge! Hau dir rein! Und schon bei den anderen beiden vorbei! Auch bei Julen, eigentlich bei allen anderen drei! Hau dir rein! Und ciao! Leute!